Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, QDA? Yo, how can I help you beautiful? Hey, hey man, do you sell some dope? Oh, oh, eh? Ich hab ihn getötet, mit meinen ultra starken Männerhänden. Wie er da chillt, oh. Hello, bro? Hey, bro! Hey! Sit up, bro! Er bricht in den Karton, nein! Schnell, wir brauchen hier Hilfe, schnell! Äh, Leute? Die fallen einfach weg! Halbstopp! Oh, fuck! Nein, 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 nein! Oh, nein! Guck euch mal diesen Schaden an! Das ist Dreck! Hab ich's auch an mir? Na, da hab ich aber ganz schön blutigen Durchfall gehabt, gerade eben. Hey, was ist passiert? Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, der hat seinen Hut verloren. Ähm, Polizei? Uh oh. Ich war's nicht! Schnell! You can get me! Idiota! Idiota! Du, mich blöd! Wir fahren einfach hier durch! Ähm, wir fahren einfach hier durch! Ähm, durch? Scheiße. Was nicht, Frau allein! Oh nein, wie ungeschickt! Oh! Franklin, dein Auto ist nicht gut, du weißt? Es ist nicht gut! Achtung, Madame! Ich muss... Oh nein! Ich glaube, sie wird alles gut sein. Sie hat sich hingesetzt! Bis sie gerutscht ist! Hey, ihr wisst! Mein Mitteldinger! Schau an das! Hey, bruh! Äh! Eine Katze? Miau! Miau! Klar! Bin die Katze und überlebe einfach! Ich werde dich wirklich f***en, Mann! Was, 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 was? Äh! Ich werde dich f***en, Mann! Ja! Volles Eisbein gegeben! Shit! Die Bullen! Ah! Ah! Nein, nein, nein! Geh weg! Ja! Nicht ja! Nein! Aber f***! Auf zur Müllhalde! Los geht's! Aber nicht so schnell! Nicht auf jeden Fall! Ja! Guck mal, dein Scheiß-Auto! Haha! Ich kann es kaputt machen! Haha! Wird unten stehen! Komm zu mir! F***er! Tschüss! Schaut, wie gut ich fahre! Voll gut und so! Oh nein! Ohohoho! Wie ungeschickt! Hahaha! Oh nein, wurde angefahren! Es! I'm still Gangster! Tja, das Geld nehme ich mir! Ey! Hast du gerade das Auto von dem Tod dann gefahren? Du Assi! Nein! Ich habe nichts im Hanggeweg! Wow! Wie auch immer mein Auto tritt! Das verrückte Hinkel! Hahaha! Haha! Oh! Wow! Knapp! Wow! Jetzt fahre ich aber gut! Achtung! Warm! 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 Ohohoho! I'm so f***ing cute, you know! Ich will da drauf! Könnt ihr gerade auf dem Motor absteigen, bitte, Monsieur! Ich glaube, ihr Licht geht nicht! Oh! Wieder fliegt! Aber dann geht es noch gut, oder? Wahrscheinlich! Wir fahren mal schön zurück auf die Straße! Wo ist sie denn? Uh oh! Hell no! Oh! Mami! Mami! Hilfe! Hilfe! Mach einen Überschlag! Aber Mami! So! Weiter geht's! Mein Stoßstang! Bleib schon da! Oh oh! Also Leute, ich habe jetzt ein bisschen Schiss! Vielleicht ist das Auto etwas kaputt! Schauen wir mal! Ah! Naja! Oh! Das ist ein bisschen... Aber was ist ein bisschen... Hä? Herr Röhrig sagen? Du Eckert! Der geht ja noch! Ich will einen Bus! Oh! Er fährt mir einfach übers Bein! Absteigen! Sofort! Ah! Scheiße! Nein! Absteigen! Oh! Nein! Der Arsch muss er einziehen! Oh oh! Sag mal! Jetzt aber! Den doch! Alter! Ja! Ich bin Motorradfahrer! In de Wicht! Bum 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 bum! Wow! Ich und mein Haar lebe! Ich fahre immer auf der Chevy! Ich guck sie dir! Oh wie gut die aussieht! Oh oh! 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 Da ist ein hier! Schaut mal diese... Diese wunderbare Kreatur! Wie sie sich ausruht! Schaut! Ich habe gestern keinen Helm auf gehabt! Oh Gott! Mir hätte etwas passieren können! Wisst ihr! Manchmal gehe ich hier hoch und... Stelle meine Maschine ab! Lauf ein paar Meter von hier weg und... Schmeiß meinen Helm davon! Was war denn das? Unfall? Wer macht da Unfälle? Ohne dass ich das weiß! Ich bin die Straßenverkehrsaufsicht! Ich stehe hier auf meinem Stein! Und beobachte euch! Meins? Meins? Harley! Schnell! Wir müssen da was... Wir müssen da was machen! Ich will diesen! Diesen... Diesen Auto bitte! Halt! Stopp! Motorradpolizei! Stopp! Wie sie mir die Bilderfinger zeigt! Okay! Aber weil es eine Frau ist, werde ich sie nicht umbringen! Ich bitte sie einfach auszusteigen! Madam! Sie rennt in die Wüste! Da ist es gefährlich! Vorsicht! Oh Gott! Madam! Madam! Wie sie wegbottet! Da unten läuft sie! Madam! Da ist es gefährlich! Sie könnten von einem Hirsch angefallen werden! Bitte! Das ist der Hass! Guck sie! Schon passiert! Schon ist sie tot! Hast du gesehen wie der Hass fast angefahren hat? Ich habe sie gerade noch mal gerettet! Und schon wurde sie verschluckt von der Wildnis! Sollte man mich abonnieren? Ja! Sollte man mich favorisieren? Ja! Daumen hoch geben? Was bedeutet die in Duier! Duier! Outro